Geliebte Menschen, Geliebte, wundervolle Lichtarbeiter, Herzensmenschen, ich darf euch ganz herzlich zu dieser Meditation begrüßen. Und so bitte ich dich, das Licht von Smarana einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen. Spüre, wie Gottes Nähe in deinem Herzen fühlbar wird. Denn Smarana bringt die Nähe Gottes zu dir. Und so dehne dich aus und spüre, wie du ganz ruhig und ganz leicht wirst. Spüre, wie diese Energie dich anhebt und du Gottes Liebe um dich herum fühlen kannst. Und versuche, in dieser Energie zu bleiben, währenddessen ich eine Botschaft jetzt für dich channeln werde. So rufe ich die Sonnenwesen, ich rufe die feurigen Sonnenwesen herbei. Und ich bitte um Energie, ich bitte um Erklärungen für das Mysterium, was gerade auf der Sonne geschieht. Geliebte Menschen, die Sonnenwesen haben sich eingefunden. Die Sonnenwesen überbringen dir folgende Botschaft. Geliebte Menschen, auch wir sind an eurer Seite. Auch wir kümmern uns um euch. Denn wir sind alle Bestandteil des gleichen Universums. Wir sind, so wie du, Wesen von Gottes Liebe erschaffen. Und wir kennen die Situation auf der Erde. Und wir haben dafür diese neuartigen Sonnenwirbel entstehen lassen. Diese Sonnenwirbel, sie sind Dimensionsöffner für die fünfte Dimension. Und diese Sonnenwirbel, sie besitzen eine sehr große, reinigende, transformierende Kraft. Diese Kraft wird spürbar sein auf der Erde. Und wir möchten euch heute diese Kraft das erste Mal übertragen. Natürlich nur mit eurer Erlaubnis. Das bedeutet, dass wenn du jetzt mit deiner inneren Stimme Ja sagst, dass du dann von uns diese transformierende Kraft übertragen bekommst. Wir werden dein Ja hören und so spreche nun das Ja aus, wenn du dabei sein möchtest. Und in diesem Moment fließt reinigende, klärende Energie durch dein Energiefeld und nimmt alles weg, was an negativen Einflüssen hinderlich für dich ist. Und erlaube dir, dich zu entspannen und anheben zu lassen. Denn gleichzeitig hebt dich die Energie der Sonnenwirbel für die nächste Dimension an. Sie erhöhen deine Energie. Und vielleicht spürst du es bereits, wie die große Transformation geschieht und du angehoben wirst. Wie sich deine Energie erhöht, dein Bewusstsein erweitert und du eine Leichtigkeit verspürst, die sonst nicht so fühlbar war. Genieße die Wellen der Sonne, der Sonnenwirbel. Denn wir senden auch diese Kraft, diese enorme Kraft der Sonnenwirbel auf die ganze Erde. Wir wissen, dass es nötig ist, viel zu transformieren. Und wir wissen, dass es nötig ist, euch zu unterstützen. Und so übertragen wir nun für eine Zeit diese Energie auf dich und auf die Erde. Genieße, genieße, genieße. 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 Genieße, genieße, genieße. Genieße, genieße. Genieße, genieße. Genieße, genieße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020